Kann ich... Kann ich das zerstören? Das sieht ziemlich massiv aus eigentlich. Nö. Aber ich könnte außenrum vielleicht rein. Und von der anderen Seite aufziehen. An dieses Geheimnis hier kann ich mich gar nicht erinnern. Oh Gott, damit. Du Drecksau. An dieses Geheimnis hier kann ich mich gar nicht erinnern. Um Elish zu sein. Kann man den Schlüssel überhaupt irgendwo finden? Oh, Bonusraum. Du schöner, schöner Bonusraum. Irgendwas anderes hier. Oh, jetzt wird es ein bisschen bunter und finsterer. Ich weiß nicht, wo es ist. Jetzt hast du ein Silberschwert-Stone. Ich weiß, ich benutze es doch die ganze Zeit. Mention Skinner hier. Äon Rarandite. Ich weiß nicht, ob sie das wussten, aber das Silberschwert, also vorausgesetzt ich sehe das hier gerade richtig. Das Silberschwert sieht man einmal an der Form und einmal ist ein Wolfskopf am hinteren Knauf. Ich benutze schon die ganze Zeit das Silberschwert bei den Viechern hier unten. Naturlich. Ich weiß doch. Ich weiß, wie funktioniert ihnen die Basis. Oh Gott. Bitte keine Feinde mehr. Ich sehe gar nichts. Oh, hier kann man durch. Oh. Oh, okay. Oder auch nicht. So, jetzt... Oh. Hat irgendjemand für mich die Tür aufgemacht? Ich... Ich kann wieder sehen. Scoia-Tel. Oh, man. Die dreckigen Eichhörnchen wieder. Was haben sie hier verloren? So, das ist ja jetzt nicht der Besitz von irgendwelchen Bürgern. Das heißt, ich darf mich hier durchaus bedienen. Soweit meine Logik. Das ist ja klar. So, zu euch da unten komme ich auch noch. Hoffentlich. Wir werden sehen. So, wir sind aus der Kanalisation draußen. Das heißt, ich nehme mal wieder mein Stahlschwert. Ich nehme nicht an, dass sie ihren... Oh, guten Tag. Rieses. Deine Mutter weicht Schritte zurück. Jau. Jau. Kein Schritt zurück, Weichel. Wie schmeckt ihr? Oh. Wie schmeckt ihr? Oh. Ich habe mich jetzt gefreut auf eine Enthauptung oder sowas. Aber nein. Nie wird mir meine Freude gegönnt. Oh, hier gibt es eine Latte. Die nehmen wir mit. Hier soll ich mal eine Latte mitnehmen. Was ist denn das für... Ach so. Eine tatsächliche Latte. Das ist eine Waffe? Echt? Interessant. Vier bis acht Schaden. Traditionelle Waffe für Zweikämpfe auf Festen. Nette Beschreibung hier. Ich bin so geprägt, dass ich gar nicht mehr an normale Latten denke, wenn es heißt Latte. Ich denke Latte... Oh, lol. Sie haben Latte gesagt. Ich weiß gar nicht. Was brauche ich alles von dem Kram? Ich weiß... Oh, jeezu. Du sollst looten. Nicht dagegen rollen. Ich weiß noch... Oh, alles wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. So ein paar Sachen sind nicht schlecht. So Eisenherz und sowas. Aber ich weiß auch, dass ich sehr viel Zeug hatte am Ende von... oder im Verlaufe so des Spiels wie bei jedem Rollenspiel. Ihr kennt mich ja. Ich habe viel Zeug, aber das seltenste wird benutzt. In den seltensten Fällen. Wie findet das auch tatsächlich Benutzung? Wir werden sehen, meine Freunde. Wir werden sehen. Alles ist verschlossen. Guckt euch das an. Könnt ihr die frische Luft riechen? Diese frische Luft, die man sonst... nie riecht. Ich gehe nie raus. Lass mich in Ruhe. Na, guck mal. Lasst doch diese armen Leute in Ruhe, die sich ein bisschen mit ihren Schwestern vergnügen. Okay. Eventuell ist das jetzt nicht unbedingt die richtige Sache, für die man vielleicht irgendwie einstehen könnte. Vergessen wir das. Ich bin auf eurer Seite. Oh, die lebt noch. Ey. Mit beiden Schwertern. Wo bin ich gerade im Turm? Ich war doch gerade draußen. Sind wir fertig? Ich will den Kollegen auf der anderen Seite den Weg freiräumen. Nur ein bisschen. Nur kurz. Bitte. Aber erst mal etwas Kartoffelbowist einsammeln. Und Verbena. Zeug für... Zeug für Tränke mag ich, so Alchemisten kam. Kann man immer gebrauchen, aber Zeug für Rüstung und sowas vergieß es. Das vergisste eh. Ich mag nur Kartoffelbowist. Wegen dem Namen. Jetzt möchte ich mir gerne so Schnitzel, bisschen Kartoffelbowist. Ich glaube, das wäre kein akkurater Ersatz, aber hey. Befehle für Soldaten, genau. Da hieß es ja, haltet das alles hier frei. Funktioniert nicht ganz so gut. Du bleibst hier. Wir brauchen die Burg. Diese Haltung kommt mir sehr bekannt vor. Liegen oder lagen die Leute in Oblivion nicht auch so mit ausgebreiteten Armen nach hinten immer sehr gerne oder manchmal auch so prima Ballerina mäßig mit beiden Armen in die Luft? Die Leute wussten, wie es ist, mit Stil zu sterben. So, meine Freunde, das ist jetzt... Oh, was für ein Clusterfuck. Das ist ein guter Tod. Oh, roll dich. Geh, roll. Oh, warum hat... Warum hat mein Luftstoß nicht funktioniert? Roll dich. Roll dich. Roll dich. Ah, ah. Roll dich. Für Temerien, Männer. Für... Yo. Für eine Rolle. Das Königreich für eine Rolle. Ich meine, wenn es um Frühlingsrollen geht, kann ich das sehr gut verstehen. Da wär ich voll dabei. So. Chillax, mal ne Runde. Meine Güte. Oh, immer diese Kerle mit ihren Zweihändern. Vielleicht hätt' ich auch, äh, den Skill Messer werfen lernen sollen. Der Tod für Temerien ist ein guter Tod. Tempel Sender. Oh Gott. Roll dich. Roll dich. Roll dich. Da kannst du hämmern wie ein Idiot. Wenn er keinen Bock hat, sich zu rollen, dann rollt er sich nicht. Boah, hat der viel Leben. Was denn da los? Tempel Sender. Das sind keine Röder. Das sind Karäte. Nein. Gefeine werden nicht gemacht. No. Kurz mal in den. Oh Jesus. Es hat doch schon gereicht. Der war doch schon fast da. Tot. Zerschmettert das Gewürm. Tempel Sender. Der lässt sich von kaum was aus der Fassung bringen, der Sack. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr, merke ich gerade. Für Temerien, Männer. Der Tod für Temerien ist ein guter Tod. Müssen ich hier mit heftigen Angriffen auspacken. Sonst, der Typ lässt sich von nichts beeindrucken, der Sack. Mann. Komm her. Komm her. Ja, so ist gut. In den Kampf. Oh, er blockt. Hör, roll dich. Sobald er anfängt zu blocken, weg da. Oh Gott, dammit. Mein Ding ist zu kurz. Ich komm net ran. Oh, okay. Zwei Schläge Maximum. Danach fängt's an weh zu tun. Das sind keine Ritter. Das sind Verräter. Gefangene werden nicht gemacht. Hör auf. Es hat keinen Sinn. Ich bin der Hexer. Kennst du mich nett, oder was? Über mich wurden schon zwei Bücher geschrieben. Juhu. Die zwei Bücher scheinen nicht zu beeindrucken, hab ich das Gefühl. Komm, gib ihm. Der alte Mann kann schon nicht mehr. Seine Arme werden schwach. Gott, dammit. Zerschmettert das Gewürm. Gib ihm. So, durch die Rüstung. So muss es sein. Einfach wegbolzen, wegbrennen, wegschmelzen. Wegstechen. Eisenring, Eisenring. Was will ich denn mit euren Eisenringen? So. Balissa. Questgegenstände. Ja, ich weiß. Moment kurz. Ich glaube, hier würde man im Normalfall die ersten Handschuhe oder sowas finden. Ich kann aber nicht mit dem Schlüssel irgendwie nochmal den ganzen Weg zurücklaufen, oder? Und im Kerker die ganzen Türen aufmachen. Ach nee, doch nee. Handschuhe? Sehr gut. Okay, Stiefel und Hosen hat man immer. Stimmt, macht Sinn. Ich habe gerade überlegt. Oder hat man hier zuerst Schuhe oder Hosen gefunden? Nein, halt. Ich laufe ja davor nicht nackig rum. Ich habe schon Schuhe und Hosen. Wenigstens das. Endlich Handschuhe. Jetzt ist mir nicht mehr kalt. So, für die Kollegen da draußen der Lippe, der Lippe. König mit der Lippe. Der liebe König möchte auch ja irgendwie reinkommen. So, Volltest. Es war hart und beschwerlich. Ich habe viele Leute aufgespießt. Das Aufspießen war hart und ebenfalls beschwerlich. Ich habe ganze Stahl- und Eisenrüstung und Kürasse durchtrennt mit meinem Stahlschwert. Das ist mal eine Leistung. Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der Reichste. Vielen Dank. Ich nehme eure Majestät beim Wort. Siehst du, Roche. Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel. Was hältst du von Kartoffeln mit Käse? Muss ich mehr sagen. Kartoffeln mit Käse ist geil. Skoyatel. Das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Volltests Bankkarte. Die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Eine ganz große Orgie. Also nicht mit den Bankkarten. Also. Alles begann mit Ta-Tai-Tais. Ne? Wäre Tails nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte Recht. Und auf keine gute Art und Weise? Seine Majestät Voltest, König von Temerien. Arthur Tails, der frühere Grafen Eswild. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja. Aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anais und Büssi? Fragt ihr nach den Königskindern? Strapazier meine Geduld nicht, Tails. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Voltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Büssi und Anais sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails. Aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mithilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalg-Mutanten, denen gar nichts heiligt. Hat funktioniert. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Rück mal raus. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung. Hokus pokus. Mua. Hehe, ja, Mann. Ruhe. Dem Geistlichen wurde kein Haar gekrümmt. Nur der kleine Adlige hat eins aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. Hey, du hast nichts zu melden, Kleiner. Bei einer Erstürmung kann alles Mögliche schiefgehen. Aber dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlaufen. Es ist schon übergelaufen. Übergelaufen? Na, das Fass. Verdammt nochmal, unerhört. Geralt, du kennst dich doch aus. Kann man so einen Drachen zähnen? Davon hätte ich noch nie gehört. Wieso frisst er dann ausschließlich meine Leute? Hoffentlich ist es Merigold gelungen, sich zu teleportieren. Ganz bestimmt. Nun ja, wenn nicht, muss er neuer Ratgeber her. Halt den Rand, Roche. Du limmst noch. Sei dankbar. Sagt nix gegen Triss. Es sieht hier so hübsch aus. Ach, Sang, das Design von The Witcher 2 gefällt mir so gut. Es trifft genau meinen Nerv. Ich liebe es. Es ist ganz nach meinem Geschmack. Passt auch richtig gut in so eine etwas alternative Kapelle. Wenn man das mal so formulieren möchte. So, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, gibt es hier noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich mach mal hier einen kurzen Rundgang. Gucken wir uns mal kurz den Typen an, den wir geboxt haben. Na, wie geht's? Willst du noch einen Tritt hinterher, oder was? Pfui. Das ist ganz schön pfui. Ja. Oh, man kann hier zurücklaufen. Das hab ich nie gewusst. Das hab ich nie gemacht. Hey. Oh, cool. Kiste mit Loot. Nice. Nimm mal mit. Ich kann echt zurücklaufen. Oh, noch eine Kiste. Warte, oder sollte ich hier lang? Ich... Ich bin gerade so verwundert, dass ich hier überall einfach... Ich hab nicht mal eine Karte zu dem Bereich. Stilett. Das ist, glaube ich, Schema. Exzellente. Was ist hier los? Warte, das... Diese Bücher. Oh ja, genau. Die haben mir... So wie im ersten Teil, wenn du ein bestimmtes Buch liest... Dann siehst du manchmal ein paar neue Infos, die dann in dein Buch eingetragen werden. Noch eine Kiste. So viele Kisten. Großartig. Erstmal den Tempel plündern. Genau, Einheit. Mit so einem Priester. Die haben es nicht verdient, irgendwas hier noch zu behalten. Ich bin nur ein Hexer. Ich bin unschuldig und will nur den... Den Leuten helfen. Hat natürlich seinen Preis. Aber ich will eigentlich nur helfen. Und ich meine, wenn sie mir dann ans Bein pinkeln... Gut, dann pinkel ich vielleicht nicht zurück. Aber ich nehme ja alles, was ich finden kann. Die Leute kann man eh nicht mehr von was anderem überzeugen. Die sind sowieso nicht auf der Seite des Königs, sondern auf der anderen Dame da. Also nicht wortwörtlich auf der Dame, sondern auf ihrer Seite. Okay. Ich habe Pläne gefunden. Ich habe... Für eine exzellente Lederhose. Buch über Neckar. Ich bin glücklich. Kann man wieder rausgehen, oder? Sonst war ich hier nix. Hier habe ich ja jetzt eine Karte, rechts oben. Ich habe nur... Ne. Es war tatsächlich ein kleiner Raum. In den ganzen Kisten ist auch noch Loot drin, aber das lasse ich den Leuten hier. Nur ein bisschen offensichtliche Kohle einstecken. Ich hätte nicht erwartet, dass man so ein ganzes Stück zurücklaufen kann. Sehr gut. Geh mal wieder rein. Folgen wir dem König. Ich habe meine Lootbedürfnisse hier erstmal erfüllt. Sie waren nicht besonders groß. Ach, hier hätte ich auch lang gekonnt, oder was? Das sind nur die Türen zu dem Durchgang. Okay, genug diesen Tempel hier genossen. Pläne eingesammelt. Mein lieber König. Oh, das sieht nach Extraloot aus. Ach komm, ich kann auf die andere Seite der Tür sehen. Das geht hier nicht. Ich will doch nur ein bisschen blasen. Also, mit Art jetzt. Was geschieht jetzt mit uns? Weißt du Bescheid? Volltest kennt kein Erbarmen. Natürlich kennt er kein Erbarmen. Ich bin auf seiner Seite. Ich räume auf. Und, warte mal. Ich wollte eigentlich auf einem speziellen Speicherpunkt speichern. So, meine Freunde, ich bin da. Immer. Der Drache ist zurück. Oh, Jesus. Lauf. Ich kann nicht weiter. Oh, oh. Hör auf, Mann. Lass es. Lass mich in Ruhe. Meine Ferse. Meine Ferse. Oh, Jesus. Du Dreckstvieh. Wie schmeckt dir der Zahnstocher, hä? Der hat uns nicht vergessen. Wieder hast du mir das Leben gerettet. Na klar. Du kannst mich bitten, warum du willst, Hexer. Natürlich in vernünftigen Grenzen. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Merigold mit mir nehmen. Wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen. Ihr dürft gehen. Keiner wird euch aufhalten. Du hast mein Wort darauf. Vielen Dank. Habe ich auch den Loot hier drauf? Ich meine, noch gehören die Sachen hier ja der anderen Dame vom Hof. Die Frage ist nur, wie wir diese Situation jetzt sehen wollen. Weil du übernimmst ja gerade die Burg. Also eigentlich sind das ja jetzt deine Sachen, die hier herumliegen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich mich trotzdem mal so ein bisschen daran bediene. Okay, weißt du was? Geh mal hoch. Mein König, wir müssen gucken, ob deine Bankhärte... Ach, tut mir leid. Das Wort magst du ja nicht. Deine Kinder noch irgendwo da sind. Sind sie in Sicherheit? Ja, sind sie. Und zwei ganz feine... Wer kommt da? Volltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Willst du sagen, dass ich hässlich bin? Okay. Ah, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhöht. Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken, ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen bewaffnete Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. König. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist einfach so hammermäßig in Szene gesetzt. Ein Genuss. Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Unternimm was. Hm. Triss bürgt für mich, aber sie ist eine Zauberin. Das wird wohl nicht funktionieren. Da glaubt doch eh niemand, oder? Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Und wir haben eine Beziehung. Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht eine Gespielin wäre. Aber das ist ja allgemein gut. What? Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Wie geht's dem Königreich? Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet Dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber. Der Wein geht aus. Und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja. Aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die beigen sich jetzt schon um die Burg Lavalette. Voltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben mein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Und Voltests hat auch viel von dir erzählt. Allgemein verzwickte Situation gerade. Mir gefällt auch richtig gut die... Muss ich einfach nochmal kurz zwischen reinschieben, weil ich das bisher, glaube ich, noch nicht gesagt habe. Die erwachsene Story. Oh, yeah. Endlich mal etwas, was darüber hinausgeht über das Standard. Böser Typ. Will die Welt zerstören. Rette die Welt. Nein! Viel intrikanter. Ha! Okay, genug davon. Machen wir weiter. Voltests hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Voltests hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan. Hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Okay, jetzt aber unternimm was. Wir mischen hier raus, bevor wir noch erhangen werden. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ach, das hängt ganz davon ab. Erstmal ins nächste Bordell. Ich meine, ich würde natürlich den Mörder suchen. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorwets, Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Oh, Wes! Ja, ja! Hallo! Bring was zu trinken! Aber mit euch ist das dem Vergnügen, tut sie es. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Erstmal sich ein bisschen schmecken lassen hier. Relax! Alles ist gut. Vernon ist ein guter Mann. Alles weggeextet direkt. Gut, nice. Da hat jemand Durst, glaube ich, nach der Gefangenschaft. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Scoia-Tel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr. Darum lebt sie noch. Es wird Zeit. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Volltests Tod? Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor fünf Jahren. Oh, wir können uns ja nicht mehr so genau erinnern, haben wir am Anfang gesehen. Riva, eine Stadt mit 1.234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom. Ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. 76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und drei Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Yennefer von Wengergark stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Yennefer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessle ihn. Mit Vergnügen. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in fünf Minuten. Iss. Kannst es brauchen. Guter Mann. Guter Mann. Damit sollte unsere Flucht erst mal gesichert sein. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder. Ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die zwanzig Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern. Pfiff sein Schwert so schnell. Ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gefiert heilt. Lach nicht so, du Drecksack. Dies kriege ich auch noch. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Volltests tot erteilen. An so einem Scheißhaufen. Wache. Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Will dir ein Küsschen geben? Provozieren wir mal ein bisschen. Hey, du hast Glück, dass du nicht gerade in meiner Nähe bist, mein Freund. Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Ihr habt ja keine Ahnung. Oh yeah. Oh, oh, ah, weh. Ach, so ging das. Ah, Hilfe, ich werde zusammengeschlagen. Oh. Vielleicht wirst du danach deinen Nacken nie wieder in Benutzung nehmen können. Gott, der Rücken sieht so zerpeitscht aus vom armen Geralt. Und das waren mindestens zwei Rippen. Ich liebe das Knacken von frischen Rippen am Morgen. Inklusive Gefängnisschlüssel. Und damit kann unsere Flucht jetzt hier beginnen. Aber erst das nächste Mal, wenn wir im nächsten Stream weiterzocken. Sprich übermorgen am Mittwoch. Drs. Rippen är war es. Und damit kann unsere Flucht begle�en.